Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 für die Playstation 2. Im letzten Part haben wir das Mysterium um das alte Herrenhaus mehr oder weniger gelöst. Und jetzt sind wir irgendwie nicht mehr da? Oder was ist hier los? Am besten schauen wir uns mal um. Oder schauen wir uns erstmal diese Sequenz an. So weit ist es also gekommen. Mir wurde dieser eklige Auftrag erteilt, dich auszulöschen. Wenn du dich weigerst, mit mir zu kommen. Wir sind doch gute Freunde, oder? Klar, aber ich lasse mich nicht in einen Dämmerling verwandeln. Warte, du erinnerst dich also wieder? Ja. Großartig, aber ich muss auf Nummer sicher gehen. Sei mir nicht böse. Wie heißt unser Boss? Wäre ja auch zu schön gewesen. Ich bin mir gerade sicher, ist das Tension Rising? Ich glaube, das ist Tension Rising. Achso, ich muss die Dämmerlinge verprügeln. Und nicht axeln. Oh, ey, x. Komm. Ja, ja, der ist tot. Und du, dich kriegen wir auch noch. Bam! Boots! Bam! Oh, da kommt mehr. Ih, was bist du? Du bist irgendein anderes Ding, das sich im Boden verkriecht. Oh. Äh, hä? Wie habe ich... Egal. Keine Ahnung. Ich dachte, es heißt Omlet. Die Zeit ist komplett stehen geblieben. Hm. Okay, dann zum alten Herrenhaus. Den Roxas, den ich kenne, gibt es also nicht mehr. Tja, dann soll es wohl so sein. Ach, das wird schon wieder, Axel. Keine Sorge, ist eigentlich traurig. Das wird schon wieder, Mann. Oh. Oh, nee, das alte Herrenhaus war nicht hier. Ja, x. Komm, verpistet mich schon wieder unten in der Erde. Für will. Was, was bist du? Keine Ahnung. So zum Trampferum gibt es, glaube ich. Äh, äh, Entschuldigung. Hier lang. Ah, dämmerliche. Gott her. Euch kümmere ich mich. Ihr seid zu kacke, als dass ihr überleben dürftet. Kommt du auch noch? Ja. Aua. Aua. Ich sollte öfter mit Anvisieren spielen, damit ich auch wirklich immer treffe und nicht irgendwie dann planlos durch die Gegend wickel oder so. Oh. So, Energie, 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 Energie. So, dann auf zum Trampferum. Äh, ich meinte auch Geld, Geld, Geld. Aber euch beide vielleicht noch. Nein. Na gut, dann jetzt auf zum Trampferum. Ui. Und damit auch auf zum alten Herrenhaus. Kein Skateboard. Oh. Komm her. Ja. Stopp. Nein. Ich sag... Aua. 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 Seit wann seid ihr schlau genug, mir wehzutun? Oder seit wann bin ich schlecht genug, mir von euch wehzutun zu lassen? Gut. Und jetzt halt auf zum alten Herrenhaus. Ach, du schon wieder. Na los, komm, ich hol dich. Ich hol dich. Ich krieg dich. No, what is he doing? Das ist ein scheiß Suizidbomber. Sowas stehe ich ja mal gar nicht. Plump. Nikes. Na los, kommt her. Aua. Aua. Ja, nein. Dich wollte ich jetzt nicht unbedingt bespüren. Stürzun. Aua. Aua. Was zur Hölle tut dieses Ding? Ich werde daraus noch nicht ganz schlau. Aber wenigstens habe ich ihn jetzt mal besiegt und nicht wieder Suizidbombern lassen. Und jetzt schnell. Ja, es war so klar, dass hier noch weiterkommt. Na, um den kümmere ich mich jetzt noch. Komm. Ich komm. Au. Wow, er hat mich nicht getroffen. Dann ins Waldstück. Und in Richtung Herrenhaus. Hier kommen wir zwar schon die auch noch mal gegen, aber ich... Ach, lass mich hier drüben. Kommt jetzt mal ganz im Ernst. Ist jetzt gerade ein bisschen unnötig. Hallo, was geht? Ich soll ja schnellstmöglich zum Herrenhaus gehen. Also tue ich das jetzt auch. Hm. Womit öffnet man wohl ein Schloss? Mit Dämmerling. Wenn du mich schon rufst, dann mach auch auf. Womit öffnet man wohl ein不過ller. Komm. Herrenhaus, Empfangshalle. Jetzt weiß ich nicht, gibt es hier jetzt schon Truhen? Ja, gibt es. Oh, hallo. Bein. Na, Unterkörper mit... Was seid ihr? Na, egal. So, hier haben wir erstmal eine Truhe. Und ein Ding. Hi, Potion. Und mehr Dinger. Was seid ihr? Mit einem Garten kann ich nicht... Das sind das für Geräusche. Na, egal. Ah, der Speisesaal. Das sieht aus wie der Saal, wo dies und der andere Freund... äh, dies und anderen Freund waren. Ein Elfentuch. Eik! Zwei von euch und dann noch so ein Pimmelgesicht. Ah, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Komm her. Jetzt darfst du herkommen. Wird dich nicht ständig im Boden verkriechen, Mensch. Oh, ja. Deh doch. Komm, komm, komm. Das ist im Ding echt nicht schlau. Was ist das? Aber gut, zurück in die Empfangshalle. Als nächstes gehe ich dort rüber. Das ist zu... Skulptur des Schlosses ist beschädigt, ja. Das sieht man. Dann gehe ich als nächstes hier rein. Ich hoffe, ich gehe nicht aus, weil sie denn das Richtige... Ne, das sieht nicht richtig aus. Was bist du? Die Büste starrt auf dem Boden. Ja. Geld. Ach ne, doch nicht. In zwei Kreisen sind Symbole eingezeichnet. Mit dem richtigen Hinweis könntest du die Zeichnung vielleicht vervollständigen. Wie meinen? Vielleicht gibt es ja irgendein Buch, das mir was sagt. Sind ja nur 10.000 Bücher. Oh, ne Truhe. Die ich nicht öffnen kann. Hm. Na gut. Dann nicht. Dann öffnen wir erstmal die Truhe. Ein Persian. Eichs. Jetzt sind hier wieder Gegner. Die guten alten Dämmerlinge. Komm. Lass gut sein. Und wo ist der andere? Hier war noch ein anderer. Du da. Ich lasse ihn nicht einfach so davon kommen. Hast du dir wohl so gedacht? Oh, boi. Komm. Nein. Komm her. Aua. Oh, der hat was fallen gelassen. Das war ein Persian. Geld. So. Dann bleibt ja jetzt erstmal nur noch der Raum übrig. Ah. Der nochmal bewacht wird von einem Fuß gedöhnt und einem Pimmelgesicht. Oh, wir sind Stufe 5. Unsere AP steigen und unsere Angriffskraft, war das das andere glaube ich, steigt auch. Schauen wir mal, was hier ist. Das müsste, ja genau der Raum sein. Das müsste, ja genau der Raum sein. Du hast dich entschieden. Warum mich das Schlüsselschwert auserkoren hat? Ich muss es wissen. Stell dich nicht gegen die Organisation. Die Organisation 13. Sie ist böse? Ob gut oder böse, das weiß ich nicht. Sie sind eine Gruppe unvollkommener Personen, die vollkommen sein wollen. Daher die verzweifelte Suche. Wonach? Kingdom Hearts. Du lachst? Naja. Ich glaube, ich bin vor der Frage weggelaufen, die ich so gerne stellen würde. Was geschieht jetzt mit mir? Bitte sag es mir. Das ist alles, was ich wissen will. Du... Namine! Namine! Kein Wissen verleiht dir die Macht, dein Schicksal zu ändern. Und wenn schon. Ich möchte es wissen. Ich habe ein Recht darauf. Kein Niemand hat das Recht auf irgendetwas. Oder überhaupt das Recht zu existieren. Aber was ist ein Niemand? Diz, wir haben keine Zeit mehr. Zu viele Niemande. Roxas. Niemande wie wir sind nur halbe Personen. Du verschwindest nicht. Du wirst wieder ganz. Ich... verschwinde? Genug der Anmaßungen. Nein, du wirst nicht verschwinden, du! Nein! Roxas! Wir sehen uns wieder. Und dann sprechen wir über alles. Wir werden uns vielleicht gegenseitig nicht wiedererkennen. Aber wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Eines Tages. Ich verspreche's. Lasst ihr los! Namine! Wir erhalten Namine's Zeichnungen von Namine. Die hinterlassene Zeichnungen. Sie scheinen eine tiefere Bedeutung zu haben. Das alte Herrenhaus. Eine Karte der Umgebung. Wozu? Okay. Wir sind im weißen Zimmer und können uns hier... Keine Bilder anschauen. Mir war so, als wäre das möglich. Aber wir können jetzt speichern. Und ich setze hier einen ganz kurzen Cut. Das heißt nicht, der Paar ist zu Ende, sondern nur einen ganz kurzen Cut. Bis gleich. Ich... So. Ich hab nämlich kurz mal geschaut, wie... Oh! Das ist gut, das ist gut, das ist gut! Oh. Äh, ja. Ich wollte nachschauen, wie lang der Paar schon ist. So. Was sollen wir als nächstes tun? Hier war ja nix im Speisesaal. So kusig, dass hier keine Musik ist. Da hört man besonders... Da hört man bestimmt auch meinen lauten PC. Laut und deutlich. Ih! Geht weg, geht weg! Ich mag euch nicht! Ah! Ich sagte, geht weg! Geht bitte einfach weg! Ich will euch doch eigentlich gar nichts tun, meine Lieben. Hm. Wenn ich jetzt hier oben nichts machen kann, dann muss ich ja jetzt eigentlich aus dem Herrenhaus rausgehen, weil... Ah, okay. Hier muss ich aber was machen. W-w-w-w-w-w-w. Da war das Zeichen der Herzlosen, das Zeichen der Niemande und das letzte Zeichen hab ich jetzt nicht erkannt, weil ich es nicht richtig gesehen habe. Ich glaube, es war das der O-13, aber ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls geht's hier nach unten. Ey. Hi, Paul. Und durch diese Tür schreiten wir im nächsten Part. Bis dann und tschüss.